Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spirit of the North, wo wir... Ah! Da oben das Aller liegen müssen, damit wir den Letzten freischalten können. Wir sind immer noch in der Aufnahme, wo ich immer noch heiser bin. Was man, denke ich, auch sehr gut hören kann. Ich hoffe doch, man hört das nicht zu... Oh, toll. Nein, 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 ich wollte zu den Blümchen dahin. Ach. So. Und nach dieser letzten Folge ist diese Aufnahme dann auch vorbei. So. Es geht nach unten. Oh. Hui. Oh. Rutschpartie. Und in die nächste Rutschpartie. Hui. Auf geht die wilde Fahrt. Ich habe so das Gefühl, dass ich da hoffenweise vergessen habe. Nächste Schlittenfahrt. Hui. Hui. Oh. Oh. Boah. Ah. Wow. Wir speichern Kapitel 5 Der nächste Abfluss ist hier Da kommen wir natürlich nicht wieder durch Hä? Das war die letzte Folge Danke Ach, danke Ich leuchte gar nicht Ich leuchte jetzt wieder, ja Mama, wenn Ja, da lang, aber Da musst du nicht lang Ah Gar nicht gesehen Applaus, Kapitel Oh Wow Das war cool Das war cool, ja Wollen wir gleich nochmal machen? Ne, das wollen wir jetzt nicht nochmal machen Weil wir müssen ja weiter Und ich glaube, wir sind jetzt wieder An den Stein passen, oder? Oh, wo sind Blumen? Wir brauchen Blumen Da ist mir, ich wieder ein kleiner Detail, was leuchten kann Aber wir brauchen Blümchen Blümchen Da Da sind die nächsten Blümchen Ja, kleine Frümpel, wir müssen uns erstmal einfärben Und dann können wir den Zum Leuchten bringen Oh Oh Ja Ja Aber warte mal, warum ist hier denn so ein einzelnes? Oh Ich war anscheinend nicht schnell genug Die Magie ist vorbei Schade Du bist ein Laberkop Ach, dann wäre ich zu dem Portal gekommen Und wenn wir darüber geschossen wurden Okay Aber Das geht leider nicht Ja Müssen wir das jetzt nochmal aktivieren Damit wir darüber geschossen werden können, oder? Ist das so ein Spiel? Wir probieren es nochmal aus Wir probieren es nochmal aus Damit wir da auch rüber geschossen werden Dieses Erlebnis wollen wir natürlich nie verpassen Der kleine Freund hat echt viel zu tun Ich glaube, dass er es sogar so gewollt Da kommt es ja wieder Auf Ja Ja Wir haben hier dabei Wir sind da. Das sind unsere. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo lang flühen müssen. Aber ich nehme mal einen da lang. Da entlang. Ja. Dann wäre hier. Ein bisschen schneller wäre nett. Ich könnte noch ein paar Blumen sammeln. Wir müssen auch noch Blumen sammeln, genau. Habe ich mir noch gedacht. Habe ich noch meinen Kopf angeschlossen. So. Jetzt sind wir da, wo wir eigentlich hätten durchkommen müssen. Da oben ist noch eine Blume, die leuchtet. Die nehmen wir natürlich mit. So. Dann gucken wir mal, wo der Weg uns angeführt. Wir haben gar nicht hier wieder 10 übersehen, die wir hätten erlösen können. Wir mussten 20 erlösen. Aber du hast 20. Ich weiß nicht, wie viele wir erlösen müssen, aber es sind auf jeden Fall eine Menge. Da sind noch Blumen. Hier ist ein Steintor. Da müssen wir rübergeschossen. Ja, aber da müssen wir erst mal rüberkommen. Wie kommen wir da noch rüber? Wir können da wieder durchbauen. Du zitterst ja in dem Wasser. Ja. Das wäre schön, wenn wir diesen... Oh. Ne. Da kommen wir nicht hoch. Ne, ne, ne. Da würden wir nur weggetrieben. Fuchs, würdest du bitte hüpfen? Hüpf. Hüpf da hoch. Hallo. Hüpf. Könntest du jetzt bitte hüpfen? Okay, wir kommen da aber nicht so hoch. Oh, wir rutschen noch mal eine Runde. Hui. Das ist das Segel. Aber wie kommen wir da hoch? Jetzt ist ein Puzzle angeschmiert. Wir springen einfach so schnell. Kannst du helfen? Look cheap, helf uns mal. Jetzt kommen wir da wieder nicht hoch. Look cheap, helf uns mal. Oh. Wie zum Zeug, Henker? Was ist das passiert? Hm. Dann rutschen. Hüpfst du uns mal? Komm, wie da denn hoch? Wir rutschen mal bis ganz nach unten. Vielleicht fällt uns da noch irgendwas auf. Ja, wir lieben uns da unten. Das rutschen. Gott. Hui. Oh. Oh. Hui. Oh. Und das Wasser. Emi. Du bist eindeutig zu laut. Können wir irgendwie... Da hoch können. Lass spring doch endlich mal. Lutschi. Lutschi. Komm. Und hilf uns mal. Da kommen wir leider nicht hoch. Lass noch eine Blume. Pssst. Eine Blume. Eine Blume. Verstehst du? Eine Blume. Eine Blume. Eine Blume. Da kommen wir auch nicht lang. Oh. Oh. Wie sollen wir da dann rüber kommen? Haben wir irgendwas übersehen? Hm? Hm. Ist da hinter irgendwie was? Müssen wir hier drauf? Ne. Und wir kommen da leider auch nicht rauf. Da werden wir sofort wieder abgetrieben. Ah, nein. Oh, du ziehst runter. Oh. Rutschen den Berg hoch. Ich möchte bitte nicht runter. Ich möchte bitte andere Richtung. Aber. Wie sollen wir da denn hochkommen? Oder habe ich irgendwas übersehen? Habe ich irgendwo irgendetwas übersehen? Dass wir da... Warte, vielleicht auf der anderen Seite. Dass man da irgendwo hin musste. Dass da irgendwo was ist? Ja, schüttel dich aus. Aber es sieht nicht so aus, als wenn hier noch umbis ist. Flutschi. 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 Ja, aber... Ich komme da ja nicht weiter. Hier ist auch nirgendwo ein Eingang oder sowas zur Höhle. Okay, ich habe gedacht, ich hätte da irgendwas übersehen. Das ist hier irgendwo... Was steht, was wir vielleicht nicht sehen können? Hä? Aber dann komme ich da auch nicht hoch. Da drin ist auch noch irgendwie was. Weil, ist das richtig? Oder wir müssen da vielleicht erst mal eben kurz reingucken? Achso, jetzt habe ich gar keine Kraft mehr. So machen wir das. Okay. Mal drauf kommen. Die Toten. Wieder nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Berge. Ich weiß nicht, was wir von mir wollen. Ah. Die Gaben. Die Toten. Da gibt es noch ein paar Blümchen. Die wir aber im Moment nicht brauchen. Okay. Wir haben heute wieder hoffenweise Tote übersehen. Die wir hätten helfen sollen. Oh. Hier leuchtet aber schon alles. Wow. Was für ein Bild. Aber da ist noch was Rotes mit dabei. Was möchtest du mir zeigen? Das hier? Das noch nicht alles leuchtet. Das möchtest du mir zeigen? Mhm. Wir kümmern uns sofort da drum. Kleiner Fuchshund. Ah. Das leuchtet auch noch nicht. Oh. Der letzte. Der letzte Teil der Rot war. Ja. Das war auch schon wieder die Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao. Ciao.